Sie kennen das Problem bestimmt alle. Sie haben eine CD und wollen sie mal eben schauen oder eine DVD und sie ist total zerkratzt. Was machen, um sie wieder lesbar zu machen? In ein paar einfachen Schritten zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie Ihre CD ganz einfach wieder lesbar machen können. Dazu benötigen Sie nur ein paar Hilfsmittel. Diese sind Zahnpasta und ein paar Tücher. Als allererstes machen Sie einen ganz kleinen Klecks mit der Zahnpasta auf die CD drauf. Verstreichen Sie das Ganze gleichmäßig über die CD und lassen es dann einwirken. Es empfiehlt sich kreisförmig über die CD mit dem Taschentuch zu reiben. Wenn die Zahnpasta auf der CD hart geworden ist, lassen Sie warmes Wasser auf die CD laufen, um die Zahnpasta wieder zu lösen. Es empfiehlt sich auch hier, wieder mit einem Tuch langsam über die CD zu reiben. Kleinere Kratzer sind jetzt von der CD verschwunden und Sie müssten sie wieder sauber abspielen können. Das war es von diesem Video und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.